Liebe Märchenfreunde, schön, dass ihr da seid. Jetzt in der Vorweihnachtszeit macht man es sich ja besonders gern gemütlich, trinkt einen leckeren heißen Kakao und lässt sich von einer schönen Geschichte verzaubern. Wie gut, dass ich euch heute so eine wundervolle Geschichte mitgebracht habe. Prinzessin Anna begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Schwester Elsa zu finden. Ihren eisige Kräfte halten das Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen. Und zum Glück hat sie tapfere Begleiter an ihrer Seite. Hi, ich bin Olaf. Hi. Du bist unheimlich. Ich will das weg nicht. Nein. Das fängt ja gut an. Wow, 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 Käsequanten runter. Das ist frisch lackiert. Sag mal, bist du im Stall aufgewachsen? Unter uns gesagt, das kam jetzt nicht ganz richtig rüber. Rentiere sind sehr elegante und hoheitsvolle Tiere. Geradezu majestätisch bewegen sie sich durch die Wälder. Und es ist wirklich eine Freude, diesen anmutigen Tieren zuzusehen. Oh, schon so spät. Leider müssen wir uns für heute verabschieden. Wer aber wissen will, welches Abenteuer diese zauberhafte Anna, der komische Schneemann Olaf und das Rentier Sven zusammen erleben, der geht am besten ins Kino. Die Eiskönigin, völlig unverfroren. Ab dem 28. November, überall. Auch in eisgekühltem 3D. Ich kann meine Beine nicht spüren. Weil es meine sind. Oh, zu mir eingefallen, schnapp dir meinen Körper. Das fühlt sich besser an. Das fühlt sich besser an. Oh, zu mir eingefallen, schnapp dir meinen Körper. Dах射.